In 2016 präsentieren wir das neue Programm mit dem Titel Auf geht's zum Schichtel! Jede Menge Leute schauen sich immer die Show an, eine mega Stimmung auf dem Oktoberfest und das ist wirklich einzigartig auf der Wiesn und später geht's den Leuten dann auch an den Krag Das können Sie ehren und überleben bei uns im Schichtel, Günther und Gabi Gicht 1, 2, 3, 4, du gehst dann auf zu mir, ob zack, zack! Und wie heißt du? Natascha Natascha, sehr schön Der oder diejenige, wohin gerichtet wird, bekommt jetzt eine Zipptmütze So, jetzt schaut es jetzt nochmal an die Natascha Ringo? 1, 2, 3! Ach, das war Natascha! Das hat Blut in sich! Ach, 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 ach! Auch diese Natascha Da stelle ich hier, sie ist fast schöner wie vorher Ja, das blöd ist, oder? Behauptet es wieder eurer Natascha! Schöne Würstehund! Auf geht's beim Schichtel! Vielen Dank!